Berlin ist international und Berlin ist schön. Fantasie, Spaß und schön. Ein paar Tolle. Oh, I like it. Big, small, charming. Auch bis hier. Yes. Ja, absolut. Ich bin in einem Ort, wo Leute von Arabien, von Türkei, von... Auf jeden Fall. Oh, yes. It is. Indeed. Berlin wouldn't be half as interesting if it wouldn't be multicultural. Yes. Frauen und Männer werden nicht gleich... Behandelt? Behandelt. Naja, sonst ist eigentlich okay. Ist schön. Hard to say. Oh, 50%. Also, die Frauen und die Männer werden nicht gleichständig behandelt. Nein. Nein. Absolut. Ja. Obwohl ich schon eine alte Dame bin. Das ist für mich ganz ein Ort. Ich habe genauso viel zusammen wie die Männer in der Familie. I don't know. I'm afraid we still have a long way to go. And we should definitely go for it. But I think every woman has the chance to learn every job. Übersticht. Die hö 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 ein mu. Um, what I see is a lot of people living on the streets here, and for example in the Netherlands you have healthcare for that, and so I think now a lot of people don't get the same chances here, yeah. No. No, it's not in French. Not in French. No. Oof. That's a very good question, and I would like to pass these questions to the Germans. Why not?